so 30 bilder die sekunde auto exposure ist auf plus 0,25 sechzigstel shutter wieso ist 125 und diesmal sind wir auf die 65 k also 6500 kelvin wir drehen uns mal kurz etwas schneller rum das sind schon etwas genialere farben das ganze ist hdr standard aber stabilisiert wieso 100 125 sechalt auf automatik